Herr George der Karte die Wurder die Gartenkunde dann an ich hab mir nur gedacht warum bleibt er da auch noch aufstehen ich kann sich nicht mehr bewerber Probleme soll ich nicht ab und sagt wenn ja ich dachte man müsste eh könnte man gedrückt halten aber ne konnte man nicht halte ich gut fest Chomsky das wird ne wildes hause unmittelbar der nick ist aber dahin schon der Fistungs-Action ja dir egal ich bin aber bei dem hier ist ne 360 ach scheiße ne xbox hier scheiße Pakete ich mach scheiße Pakete auf ja falls ihr ne neue Waffe braucht hier sein ne ja der Sniper bringt hier grad nicht so viel Brandmoni ist auch ja ich hab mir grad irgendwie vertraut hohes Brandmoni er hat mich grad an diesen Endboss bei Duke Nukem weil die sich auch so das Gesicht zu halten den ersten ne naja dieser Alien-Troller da mit den drei Titten ich geh immer auf so ne Kante ja ich bin auf der Kante und bin fast im Arsch Hör mal ich werd gezeugen ja was mir alles so auf meiner Kante passiert ist unfassbar ich muss nach Lada ich komme here welcome and save the day dankeschön steh auf jetzt ich will wieder auf meine Kante oh der ist vorbeigeflogen weil ich auf meiner Kante stehe und er da nicht drauf laufen kann Kante for the winds the Kante kenn alles hallo auf der Kante werde ich gekantet und gegen das Erwarten aller Leute geh ich wieder auf meine Kante ist unglaublich gegen das Erwarten aller Leute geh ich wieder auf meine Kante ne Hand auf mir ich seh es auf der Kante auf der Kante wir stehen praktisch alle auf der Kippe ja jetzt hat mich ein Charger ja was haben alles passiert auf so ne Kante meine abenteuerliche Leben ach da ist ja mein Zeiger wieder bei mir auf der Kante ich seh es zack in den Rücken kotze aber nicht auf der Kante sie ist kaputt das gehen wir in Fixer ja scharf ich schütze sie from the Kante unter dir ist ein Zombie sehr verwirrt ja das ist die Kantenverwirrung Tank 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 mit den Steinen nicht auf der Kante nööööö wir haben es geschafft von der Kante abends äh so wie immer nur Survival so wie immer nur Survival Wattensatz ja richtig so wie immer nur mit Brot richtig aber ohne Wurst ohne Wurst ohne Wurst obwohl ich hätte heute Bockwurst was hatte ich denn heute Bockwurst und äh ach ich hatte eben ein Brötchen äh das habe ich mit Mayonnaise beschmiert und dann da Roastbeef drauf geklatscht ist auch nicht schlecht wie ich es mit Ketchup nur essen aber auch nicht schlecht ich hatte heute Bockwürstchen kalte Bockwürstchen mit Ketchup und äh zwei fertige Hamburger vom Netto sprich ein Essen der Gewinner richtig ein Gewinner essen ja es hat geschmeckt es hat sattgemacht das reicht was ist denn hier los wie lange lädst du denn ich bin noch nie mehr beim L ich auch nicht ich will Unreal Tournament spielen ja ich auch entweder der kackt jetzt wieder komplett ab oder ich werde mich nur bei F Connecting Fail After 10 Reprise schön äh ich mach direkt noch ein Aufdrückter Folgen und ich mach da noch ein lokalen Video äh ich nehme mir die Kettensäge mit ja ich treff gar nichts mehr woran ich das denn Arschvoll aber da ist keine Theorie nee ah hier ist äh Waffen nein noch geht's also ich bin noch voll dabei ne hier kommt ein Hunter und ein Dunkel also ich bin auch so dass besoffen viel besser auf der Autobahn Autofahren kann als äh nüchtern ja das kenn ich das kenn ich noch mal der kann ne nein also ich fahr aber auch besoffen lieber als dass ich lauf ist wirklich noch warte da kann man nicht sitzen ja richtig da kann man nicht umfallen und man kann sich ja am Lenkrad festhalten ich bin nicht ein Zombie Mann schütt die Zombies wir müssen reload und wie so das reloading noch nicht durchrennen jesss jesss mhm bestimmt Trink Parade der Undoten was Tank hinstellen mit rechter Hand Maus fassen wat hab ich und nun Bildschirm gucken hab ich und nun er heißt D Warten hab ich und nun Schieb und Fahrt hab ich Werfinger mit Jorowel der Eilige Daumen auf der Tappe nein oder runtergefallen das ja schreibe mich nicht so an schreibe mich nicht so an ja schreibe mich nicht so an ja 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 du brüß dich nicht nur in das Ohr weiss merkst du das nicht? die der neuen Millimeter mit doppeldritten Millimeter, it's klar ich habe meine Pillen verloren Soh, die Scheiße. Kann mich einer verprügeln, ich steck hier im Tisch fest. Der nicht unbedingt direkt mit einer Nahtkampffahrer, der auch umallert ist. Ich bin das. Matze, warte mal eine Sekunde, bevor ihr weiterjockelt. Ich jockel doch noch gar nicht. Bleibt am besten weg von den Tischen, die scheinen verbuggt zu sein. Gar nichts passiert hier, die Scheiße. Oh, das war's. Hold down. Schnapp mir die Galle. Was sonst? Ich hätte auch nicht so, dass die ankommen. Hier kommt ein Elefant. Auf mir! Auf mir! Was, ich pusse da irgendwo mein Gehirn noch weg. Viel Spaß dabei. Nein! Hier ist ein Elefant. Elefant! 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 Ja, geh du mal vor mit deinen Schuhen voran. Mit den Schuhen? Gehen sie mit ihren Schuhen voran? Ey, was ein sinnloser Müll. Das ist hier die Ghostbusters-Welt. Erster Teil und so. Wir müssen gleich die Ströme kreuzen. Matze, komm zurück! Komm sofort zurück! Hallo! Und es gibt da direkt Schläge. Da hat er erst echt, ich fass es nicht. Er ist die Nick befreit, anstatt mir zu helfen, aufzustehen. Ich wusste, dass er wie Jörn kommt. Ja, ich habe mir aber auch erst mal einen Korb gepackt. Also da vorbeigelaufen, bis und hin zu retten. Ehrlich, ich dachte, so endlich kommt meine Rettung und dann... Nein, mein Gedanke war ja, falls der ein Tank kommt, kann der Nick uns vielleicht beschützen. Jo, für zwei Sekunden nur eben. War es auch nicht, jetzt sei denn hier ganz viel bei mir das auch passiert, aber passiert halt irgendwie. Ja, wir sind ein Tank irgendwo. Sobrecht, ja, da ist er, bei Rochelle. Ach, schön. Der ist ein Daumen. Oh, wurde die Gitarre hingesteckt. Warte. Oh, war durchgedacht. Uah, fuck. Guck mal. Der Nick hat mich beschützt, ist klar. Oh, der Elefant. Ich habe nur Torer gehört. Da, natürlich auf mir. Torer, Torer. Torer. Ich bin... Irgendwas passiert mit mir. Hier kommt irgendwas. Hier kommt irgendwas. Ich werde gescannt, keine Ahnung. Oh, hier ist ein Charge. Ich werde gescannt. Warum machst du denn sowas? Ja, da müssen wir bestimmt alle rein. Das hat mich rausgeschubbt. Und ich bin jetzt irgendwie komisch am Leuchten. Ja. Was ist das? Wo ist der? Nein. Okay, der Ding ist weg. Warum bin ich so am Leuchten? Ich ziehe so eine komische Spur hinter mir. Was ist das? Ja. Scheiße, der ist verflucht. Komm, weg, hier. Womber. Den Gericht sahen und so. Oh, ja. Ich verurteite dich zum Tode. Äh, Leute, der Ding ist hier gerade runtergegangen. Welcher Ding? Hier. Da kommen wir nicht mehr zurück. Wie? Ja, danke, Frau. Ich verteidige euch. Sag doch mal. Alles klar. Was geht los? Oh, das habe ich super gelungen. Ja. Ich werde gezogen, ich werde gezogen. Boah, wenn man das nicht sieht, dann hört sich das so behindert an. Vor allem der ganze Satz, ich zieh nochmal eben, trink einen Schluck. Kotze! Ja, wir können. Achso, ich wollte mich hier rein. Nein, du bist so mega langsam, wenn die da reinkommt. Wie kommt die nicht rein? Wie kommt die da rein? Komm, wir probieren das aus. Ja, dann schieß mal. Dann mache ich nichts und gucken, ob die da reinkommt. Ja, dann nichts machen ist Quatsch. Ja, kommt doch. Ja, guck mal, wie die da reinkommt. Ich muss laden. Das habe ich dir auch eben gemeint zu sagen. Ich mache Boomer-Kotze. Ja, aber warte mal, guck mal hier. Ich glaube, du brauchst keine Boomer-Kotze. Hier ist ein Boomer, der dafür sorgt. Ja, zu spät. Dann ist ja jetzt nicht so, als ob ich lange für diesen Satz gebraucht hätte. Ich mache es dann zu, jetzt. Ja, ja, klar. Ja, ich glaube, du musst gedrückt halten. Ja, genau. Matze, springen rüber. Leute. Ja, willkommen. Ratschupel-Grangles. Was ist hier? Der Matze wird geklatscht, Leute. Wo ist der Matze denn? Ja, ganz am Ende. Der ist ADW, sag ich doch. Was ist ein ADW? Hey, der Matze der Welt. Boah, wie sich das jetzt mit dem Maschinengewehr angehört hat. Bam, 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 bam. Ist doch schon ganz richtig. Du musst mich hier nur verkriechen. Hallo. Hallo. Wir sind hier nicht bei Minecraft. Wat? Du musst dich verkriechen? Ja, ich hab jetzt nicht vor, mir da ein Bett zu bauen. Oder eine Hood. Man, oute mich doch nicht, ey. In einem Video. Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Du hast tausendmal gesagt, ich kauf das Spiel nicht. Nö, nö. Ist mir zu albern, kack Grafik. Ich seh mich auch noch als Minecrafter, ja. Minecrafter vor allem. Ihr habt eine Stunde gespielt eben. Ja, schön bleiben. Komm, Charter. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ich muss laden. Ta-ta-ta-ta. Ah, wer sind das denn? Ich hab hier eine lustige Versammlung. Cool, warten. Auf dich. Ja. Oh, ey, der fliegt, ey. Mit dem Arm in der Luft, wie man die Sätzen kennt. Ey, das ist echt nicht mehr witzig. Rade nach! Ein bisschen. Voll, und pass auf, jetzt kommt der Oberhammer. Während des Scheißens hab ich meinen ersten Umzugskarton aufgebaut. Boah. Multitasking, 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 Leute. Ich weiß nicht, ich glaub, ich könnte es nicht. Nein. Also wäre das schon quasi eine Sache, die jemand kann, wofür man ihn nicht beneidet, aber man sagt es richtig. Ein Oscar, besonders den Oscar, bitte. Schieß uns den Weg frei. Es brennt alles bei euch. Egal, da sind nur die von Platzpatronen da. Platzpatronen. Ich bin hier voll, auch schlecht gerade aus, hier. Platzpatronen. Warte da. Schutzraum. What? Alter. Gut. Oh, wie geil. Das ist so, wie geil, da alles so richtig. Ja, mal. Spielverderber Boah und die Lache ist aber auch göttlich Geht halt um die Insel kaputt Das hier sind alle, das hier sind alle anderen Ja aber wo füllen wir die ein? Sprech doch mal in ganzen Sätzen Das ist ja nur die Cola, wir suchen die Plätze wo man die einfüllen kann Ja hier auch, da wo ich bin, auf der Seite Ja gut, jetzt hab ich dich auch gesehen Hier ist er offen Prozent das war ich halte doch nicht so gut ruhig hier auch größte Euro oder hatte mal jetzt hier Leute die Skoda aber weg von der Tür das ist ja wenn die aus alles grün total verdreckt wir haben gerade vor der Tür durch werden kann bei Paketen manches manches ich möchte jetzt hier nicht schuld sein dass irgend so ein Depp der da sieht wie so eine Plastikscheiße frisst also diese kleinen komischen Krabbenchips ähnlichen Dinger die könnte man wahrscheinlich essen aber probieren wir auf eigene Gefahr konsultiert vorher bitte ein Arzt und lasst uns mit der rechten Sachen in Ruhe das haben wir auch nur gehört wir sind für den Stoß nicht verantwortlich wenn wir reden wir reden hier nur ich bin auch bei dir ich bin hier drauf ich werde aber gleich mitten in der Fahrt aussteigen ne dann sag mir scheut jetzt 10 Kohlen finden Turn on the Power 10 Kohlen? ich bin drinnen ja ich wehre ich wusste nichts davon ich dachte wir sind alle da ja weil du auch hergekommen bist und einfach nur so Headset auf Imran Start the Engine ja Start the Engine ist der ist lustig ich renne jetzt nicht runter zu meinem Auto ey wer bebellert mich denn hier ey ich mach den gleich mal da oben kaputt Alter Arschloch Sackesichter Sieht ihr? Ich hab ganz brav gewartet Schön gemacht weiter so Danke Oh Gott Hier ist ein Geziot Ja Moni 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 Und dann guckt der mal ein Typen an der da sich irgendwie seine Socken in ne Jeanshose steckt Seine Jeanshose in die Socken steckt Der denkt doch Oder Ich find die alte Die Jeanshose Das ist ja noch nicht mal irgendwie ne Jogginhose oder so Ne Jeanshose in weiße Tennissocken Der Pax sind hier doch echt am Kopf Das ist doch Ey und da rechnen Das sind dann solche Leute die regen sich dann über irgendwelche 60-80 jährigen Leute auf Die mit Sandalen und Kniestrumpfe durch die Gegend laufen Das wird ihm jetzt am Kopf geworfen Ja echte Du Brutalo Hast du dir Scheiße genommen Philipp? Was für ne Scheiße? Ja auf dem Boden die in den Kartons Spreng Moni Wir halten bei uns Wir halten bei uns nur Scheiße Ja dann kommen wir Schuhe es! Schuhe es! Boah ey ich überleg ob ich jetzt nochmal schn... Kotze Spitter Spitter Ey geil Ob ich nochmal schnell zurücklaufen und mir ein anderes Medien erholen Achso Schuhe es nicht, Schuhe es bitte Wo? Hier Korrekte Scheiße Ja Y'all inside now Get ready Ja Ja Ey alter geht's dir doch zu gut Ey ey Hahaha Oh hell yeah Okay No 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 Alter du warst echt gelitten Kann an sein Hahaha Hahaha Shomsky Scheiße Scheiße Ja doofgelaufen Ammerklarke 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 Kann ich so umdrehen Björn Hahaha Der zahl zu aus Na folgt er mir schon wieder Hahaha Hahaha Ja Ich hab grad ein anderes Ziel Björn Noch hab ich die Chance zweiter zu werden Noch hab ich die Chance zweiter zu werden Ahhh Matze ey Hahaha 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 Ja ich komm ja jetzt Die Ämter des Deutschland Wie lang hab ich denn dieses Wort schon wieder Ja doch da hab ich jetzt auch grad gedacht Was hab ich denn das Die Ämter des Deutschland Die Ämter des Deutschland Einfach so'n Sprungdring krieg ich lieber Esser Die Ämter des Deutschland Biss dir auf ich hilfig Ich äh schlag ihr Kind über Monate Boah alter ich hab's noch nie Hahaha Hahaha Und dass er den Satz nichtmals beenden kann Hahaha Weil's halt So was von ekelhaft ist Ehm Lieber serve Ich schlag ihr Kind erstmal über Monate zu brei Hahaha So brei Warte mir mal zu Ihr Kind ist einfach nur ne Schlamperei Nein Nein auf mir sind Jockey Nein wo fährt er mich Ach fährt er mich Hehehe Das ist Jockey Kanule Keine Ahnung Das ist glaube ich ein Fleisch Das ist nur Kanule Nein Kanule ist ein Fleisch Keine Loni auch Ja Sauerkraut zum Wochenende Da kommst du da kommst Da kommst du da kommst Ja man jetzt lass mich doch mal in Ruhe Geht auf ihn anders töten ey Anders töten und lutscht dir in Schwänze heftig von zwei Seiten Und Tejo Mit dir Spaß Und gerade Tejo Miisa er hat der da und da ist er erstaubt er hat aber er hat er gehört in der der entdeckte er hat es damals der leider dass er mit dem gefunden nein ich hab kein Prozent der Leute ist klar wurde mir nicht helfen weil ich da nur die größte von der Welt bin ich weiß nicht